Berlin ist eine Stadt der Dynamik. Wer die Metropole in Fotos festhalten möchte, sollte schnell sein. Überall wird gebaut, jährlich wächst die Hauptstadt um mehr als 40.000 Einwohner. Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Was die Menschen hier suchen und finden, ist eine Vielfalt, wie sie nur eine Weltstadt bieten kann. Historische Orte, Plätze, der Begegnung. Berlin ist bunt und kreativ. Diese Stadt inspiriert jeden, der sie einmal erlebt hat. Der Potsdamer Platz. In den letzten 20 Jahren komplett neu gestaltet, ist er ein wichtiger Verkehrsknoten in der Mitte der Hauptstadt. Berlin hat viele Zentren, aber das Herz der Metropole schlägt schon immer hier, nahe dem Brandenburger Tor und dem Tiergarten. In unmittelbarer Nähe dazu liegt die Lützostraße. Auch hier Wandel und Veränderung. Auf dem Grundstück Lützostraße 107 entsteht demnächst das Gebäudeensemble Drei Höfe. Eine Adresse, an der gewohnt und gearbeitet wird. Im vorderen Bereich hat der Komplex sieben Büroetagen, die sich exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe moderner Unternehmen zuschneiden lassen. Der belebte Officehof mit seiner grünen Ruhezone bildet den Auftakt zur Welt der Drei Höfe. Geplant vom namhaften Architekten Sergej Zschoban, der bei diesem Projekt eine traditionelle und für Berlin typische Bauform wiederbelebt hat. Das Prinzip der Innenhöfe. Mitte des 19. Jahrhunderts von einem preußischen Stadtplaner erstmals angewendet, werden dabei Arbeit und Wohnen miteinander verbunden. Inzwischen haben die Hauptstädter ihre Innenhöfe charmant umgestaltet, zu Orten der Ruhe und Entschleunigung. Diesen Charakter haben sie auch in der Lützostraße. Die beiden hinteren Höfe bieten eine private und ruhige Wohnatmosphäre. Hier entstehen 223 hochwertige Eigentumswohnungen in Größen von einem bis vier Zimmern, zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer neuen Bewohner. Die Architektur beeindruckt mit einem Materialmix aus Klinker und Putz sowie unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen. Das Ensemble Drei Höfe, ein Ort für Wohnen und Arbeit par excellence. Mitten in der quirligen Metropole Berlin. Wer dem Trubel der Hauptstadt entfliehen möchte, der findet rund um das Ensemble Drei Höfe viele Cafés und Restaurants. Darüber hinaus befinden sich zwei der schönsten Berliner Parkanlagen direkt vor der Haustür, der Tiergarten und der Park am Gleisdreieck. Wo noch vor 100 Jahren Eisenbahnzüge rollten, erstreckt sich jetzt eine einladende grüne Landschaft mit Wiesen und Bäumen, Spiel- und Sportplätzen. Berlin bekommt in zentraler Lage eine neue Adresse für schönes Wohnen und modernes Arbeiten. Drei Höfe, Work and Life. Drei Höfe, Work and Life. Vielen Dank.